Wer weiß mehr? Martin Schemeinski, Kräfer, Pinguine, Leo Pföderl von den Eisbären Berlin. Nennt mir doch bitte alle acht Eishockey-Weltmeister. Kanada. Russen. Tschechen. Jawohl. Leo. Slowaken. Schweden. Finnland. USA. USA. Korrekt, sehr gut. Eine fehlt noch. Ich kann dir einen Tipp geben, das hilft dir bestimmt. Das Finale damals fand 1936 in Garmisch-Partenkirchen statt. Ach so, natürlich. Fünf. Du musst schätzen. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eine Ahnung. Weiß ich nicht. Eins. Sag irgendwas. Wir waren es nicht, oder? Großbritannien. Schemi, hast du es gewusst? Großbritannien nicht. Gut. Es steht 1 zu 0 für die Kräfer-Pinguine, also für den Schemi. Zählt mir bitte die DEL-Spieler des Jahres auf. Nehmann Nöbel. Marcel Nöbels. Jawohl. Michael Wolf. Michi Wolf. Jawohl. 2007, 2008, ja. Patrick Reimer. Patrick Reimer. Klasse. Dreimal. Schemi. Danny Austin-Birken. Sehr gut. 18,19. Korrekt. Martin Grimanski. Nein. Nein, Schemi. Nächste Kategorie, also es steht 2 zu 0 für die Kräfer-Pinguine. Leo, wir müssen langsam ein bisschen in den Tritt kommen. Nennt mir bitte alle deutsche Städte mit über 500.000 Einwohnern. Ich fange an. Schemi, du darfst beginnen. Du führst 2 zu 0. München. Berlin. Düsseldorf. Hamburg. 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 Platz 2. Korrekt. Köln. Köln. Platz 4. Jawohl. Leo. Nürnberg. Nürnberg. Ja. Platz 14. Ich versuch's mal. Duisburg. Duisburg ist leider falsch. Es steht 2 zu 1 immer noch für Schemi, für die Kräfer-Pinguine. Die bisherigen DEL-Meister. Hannover-Skorpions. Ingolstadt. Krefeld. Mannheim. Frankfurt. Berlin. Berlin. Jawohl. Es gibt noch 1, 2, 3, 4. München. Welches München? Barons. Ja. Wer sind die anderen Münchner? Wer sind die anderen Münchner? Red Bull. Ja. EHC Red Bull München. Korrekt. Noch 2. Es gibt noch 2. Mad Dogs München. Leider falsch. Die gab's ja auch mal. Leo lacht ganz dreckig. Ja. Es gab sie mal. Aber tatsächlich hast du, wundert mich jetzt eigentlich, dass du die nicht erwähnt hast. Düsseldorf und Köln. Ich hab gar nicht dran gedacht. Stimmt echt. Hast du recht. Okay. Leo. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ne. Ich hab jetzt eigentlich brutal Hunger. Ja gut. Ich auch. Aber dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Ciao von au. Bis dann. Ciao. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020